hallo hallo wie jetzt hallo auch ganz gut rave xc wie ich aber alles gesehen warum letztlich weg sind ja so ist auch was habe ich noch nicht gehört so jetzt muss er wieder seine sounds raussuchen wieder eine minute bis er wieder was sagt ja schlecht so schnell also wenn man es macht und sich mal kommt die wieder an immer eine minute abschnitten bei ihr jetzt bleibt ihr wieder stehen um seine sound so ich habe ja ich wollte schon fast gestorben wegen idea seid ihr zusammen ja komm das frage noch mal mit dem sound ich lebe in so einer simulation das ist so witzig ich wollte das erste mal eine runde entspannt vor das heißt die gleich noch länger oh mein gott ich fand ich strecke dann hat fühlt sich aber auch ganz schön cool oder ja komm mal weiter mit dem sound warum sollte ich mich cool fühlen ich will es auch gar nicht sein wenn ich bin jetzt nicht bei diesen hässlich hat einfach der sound aufgehört das ist so witzig digga die eine will einfach ihre vorteil beziehung durchführt der eine richtung auf dass mein sound nicht geht es ist so witzig jetzt wird die wieder zig million jahre digga what the fuck ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr jetzt bin ich hässlich sein sollte warum habe ich dann freund ist halt die frage so ja das sind doch nicht besser 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 ich lüg mich ich halte mein maul ich halte mein maul ich bin ein gutes job ja merkst du selber nicht digga ich bin so ein abonu ja 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 ich sag einfach nichts dazu ich sag einfach nichts dazu so schlecht es ist so witzig äh ne es ist echt schlecht was es ist nicht schlecht ich hab dich nicht verstanden nochmal es ist nicht schlecht warum ist es nicht schlecht wie lange seid ihr schon zusammen? lang genug sag mal wie lang ich weiß ich weiß dass es kein soundboard ist aber es sollte irgendwie immer noch an wie ein soundboard das ist so eine katastrophe warum soll ich jetzt sagen wie lange wir zusammen sind so warum? man merkt denen ist das richtig unangenehm durch dieses der hat auch vorhin wo die gesagt haben dass sie den Lied hat der einfach so da 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 gemacht Junge das macht man immer wenn einem irgendwas unangenehm ist das ist so funny das ist so witzig ich kann mich gerade von mir selber ob das ich einfach Leute beleide what the fuck ey ich kann nicht ne ich muss gleich so lachen man ach shit das fackt mich so hat das schon mal Leute beleide scheiße Piwi jo wie läufst du drohart gut und wie läuft es bei dir mit deiner Perle? super hört sich nicht so an die Liebe kommt nur von einer Seite ich würd da mal dran irgendwie darüber reden du wirst reden Black Cat hm wer sind wir Black Cat er hat noch nicht einmal gesagt dass er dich liebt obwohl du schon zweimal dreimal oder so gesagt hast was ist da los? weil ich sag das nicht so oft ich sag das nicht so oft wenn ich halt auf ihn zocke was auch der Grund ist warum ich immer mit ihm alleine zocke so Period aber warum seid ihr jetzt im Team Offen? Ha einfach Period Was? weil wir lange mal haben na ok also ja weil ich hab keinen Bock auf FIFA gerade das ist so funny und ich hab keinen Bock auf CSU ich hab keinen Bock auf Valorant ich hab keinen Bock auf FIFA ich hab keinen Bock auf gar nicht ich kann nicht ich hätt's ja nächste Woche zu mir kommen können aber da konntest du ja nicht ich habe immer noch ein Fußballspiel gehabt ja ich hab ja gesagt hättest ja kommen können denn das hätt ich machen können du kommst weg wohin? klo mitten in der Runde Junge ja und lass mich doch hä? was ist ein scheiß klo? ja dann mach doch jetzt man was ist scheiß klo? was ist scheiß klo? was ist scheiß klo? sagt er geht auf klo und dann geht er nicht weißt du? jetzt sag mal wie lange kennt ihr euch schon? warum willst du das so genau wissen? ja das interessiert mich halt so die junge liebe man merkt ihr seid noch frisch verliebt seit zwei Wochen oder so ui und wird das was hässer? also seit zwei Wochen sogar zusammen ja könntest du ihn heiraten? so wenn's klappen würde ja würde? da steht doch nichts unterwegs ja doch meine Eltern scheiße wie alt seid ihr denn? 16 ja ok da ist ja auch noch Zeit Fibi bist du immer noch 16 oder bist du schon 17? ich bin bald 17 Alter das ist das beste was mir jemals passiert ist in Fortnite wohnt ihr nah beieinander oder? das ist so eher weit weg zwei Stunden mit Autor so weitersitzig und wie habt ihr euch kennengelernt? Kollegen über? kollegen meine Mutter guckt grad dein live, diga die kommt grad so rein, sagst du du bist selber auf Twitch sicher ich hab's zappel dir und wo ich über den kommst guck meine Mutter so ganz leise rein, sagst du äh stumm nicht mal kommst du so rein, sagst du du bist selber auf Twitch ah und tut mir nochmal leid wegen freund ich wusste es nicht deswegen töd Grüße gehen raus an die Mutter oh mein Gott super Pärchen haben sie hier also die äh ich könnte gar nicht in Worte verfassen was passiert passiert ich bin raus einfach die Mutter kennt was? einfach ne Mutter kennt mein Stream schaut mich grad und die Tochter kennt mich nicht das ist auch geil das ist auch geil ey Junge die Runde gewinnen wir easy oh mein Gott guck mal was lernen wir daraus? niemals vorlaut sein Leute mann wär ich jetzt zu schlecht gewesen Digga aber wir können doch jetzt mal weg zu schaffen aber wie meine Mutter einfach reinkommt immer ich denk auch so was will die jetzt ich war scheiße grad oh nein sag ich mach etwas ja jetzt ja jetzt er hat 36er gekriegt ich geh rein ich erinnere mich auch scheiße ja ist klar Digga die treffen noch alles ich probiere eine Karte noch zu holen nein komm er ist so laut woher weiß meine Mutter überhaupt was dass ich ja ich frag da nicht nach ey meine POV ist grad voll kacke was ist das für ne POV? ja die Galle auf die 1 oh mein Gott ich fühl mich hier grad wie ein FNCS-Vereine zu schwirre tschüss ach schon ja du meine Mutter guckt ins TUM okay tschüss tschüss rttt 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 rttt